Unterwegs ist einer von Deutschland erfolgreichsten Outdoor-Online-Shops. Über eine Million Leute, die sich für Outdoor, Klettern, Wandern und Camping begeistern. Und freuen sich über das zahlreiche Angebot an Outdoor-Zubehör. Von Anoraks bis zu Zelten. Angefangen hat alles vor über 30 Jahren. 1987 mit dem ersten Store in Wilhelmshaven. Und nun sind es 21 Filialen und ein erfolgreicher Online-Shop. Dabei setzt unterwegs ganz und ganz auf die Umwelt. Sie probieren so klimaneutral, wie es nur geht zu sein und sich in diesem Punkt immer weiter zu entwickeln. Nicht vermeidbare CO2-Emissionen werden durch ein Waldschutzprojekt in Brasilien ausgeglichen. Und unterwegs ist somit 100% klimaneutral. Mit dem hauseigenen Klimasiegel helfen Sie dem Kunden, die nachhaltigste Produktvariante anzubieten und den ökologischen Fußabdruck so bergen wie möglich zu halten. Uns ist bewusst, ökologisches Handeln ist nicht nur eine Privatsache. Das Thema Nachhaltigkeit sollte auch fest in der unternehmerischen Kultur verankert sein. Um unnötige Wege für Außentermine zu sparen und so den CO2-Ausstoß im Unternehmen zu senken, benutzt unterwegs den Videochat von Rex Systems. Welche Vorteile bietet der Videochat von Rex? Mit dem Rex Videochat haben Sie alle Mitarbeitenden innerhalb des Unternehmens mit Online-Status auf einen Blick. Jeder kann jeden anrufen und aus einem einzelnen Videogespräch lässt sich schnell und einfach eine Gruppenkonferenz machen. Dabei bedient sich der Videochat an höchstem Sicherheitsstandard und ist DSGVO-konform mit maximaler Sicherheit. Durch die Screensharing- oder Aufnahmefunktion eignet sich der Chat perfekt für Webinare oder E-Learning im Unternehmen. Auch externe Personen lassen sich einfach und bequem anrufen. So einfach geht ein Anruf mit dem Rex Videochat. Rufen wir doch kurz bei einer unterwegs wie alle an. Das Videotool von Rex Systems ist eine gute Unterstützung bei uns im Arbeitsalltag. Wir können ganz schnell und unkompliziert Dinge des Alltags klären und das auf persönlicher Ebene. Super ist auch, dass man externe Personen ganz einfach einbinden kann. Wir benutzen das Tool dann für Bewerbungsgespräche und auch für wichtige Meetings mit Herstellern und Lieferanten. Manche Themen kann man am besten von Angesicht zu Angesicht besprechen. Da unsere Filialen zwischen Norddeutschland und Mitteldeutschland verteilt sind, nutzen wir dafür das Videochat-Tool von Rex Systems. Damit sparen wir nicht nur Zeit, sondern auch Autokilometer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017